Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten und umgekehrt, aber kurz vor Weihnachten sollte die eigentlich entscheidende Frage sein, habe ich schon alle Geschenke, habe ich an alle gedacht oder sind die Vorbereitungen zu Weihnachten schon abgeschlossen? Das wäre dann die gute Nachricht. Wir sehen aber auf der Börse, da gibt es noch den ein oder anderen Einflussfaktor. Und zwar haben wir heute noch einmal Zahlen gesehen, das hat durchaus für Bewegung gesorgt, wir werden es uns gleich angucken, und zwar die Durable Good Orders, das muss man sich mal genau angucken, das sind die Auftragseingänge langfristiger Wirtschaftsgüter und die sind gestiegen. Wir sehen, dass hier die Kernrate 0,2 Prozent, also insofern schon mal ein gutes Stück höher als erwartet. Naja, doppelt so hoch, wollen wir nicht übertreiben. Es ist natürlich jetzt nicht ein Riesenunterschied, aber es ist eine grundsätzlich gute Nachricht und das ist insofern, ist das jetzt eine gute Nachricht? Das bedeutet ja, dass die Wirtschaft vielleicht doch nicht so schlecht dran ist. Das wiederum deutet allerdings darauf hin, dass möglicherweise dann doch die Notenbank nicht so richtig aktiv werden muss. Ihr seht, man muss immer um die Ecke denken. Entscheidend ist, was die Marktteilnehmer draus machen. Aber grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht zuletzt, wenn es für die Wirtschaft gute Nachrichten sind, ist es für die Börse eher schlecht, weil das bedeutet, dass die Inflationsbemühungen der FED wohl eher im Gewicht stehen und die sind nachteilig, wie wir ja durch den Corona-Anstieg gesehen haben. Es ist das Beste, wenn die Notenbank uns flutet mit neuem Geld und niedrigen Zinsen. Jetzt haben wir genau die umgekehrte Entwicklung zur Inflationsbekämpfung. Das sollte dann also nicht so optimal sein. So zumindest mal der sehr einfach gehaltene Schluss. Gucken wir, was die Marktteilnehmer daraus gemacht haben, denn das ist letztlich das Wichtige. Die Theorie ist immer das eine, aber was macht man praktisch aus der Situation? Tatsächlich, der Markt ist so mehr oder weniger nach unten gegangen, aber jetzt in den letzten Minuten, er kommt ja wieder ein bisschen hoch. Insofern vielleicht nicht ganz so große Tragik. Allerdings dürfen wir auch eins nicht vergessen. Leute, es ist Weihnachten. Die großen Player sind alle draußen aus dem Markt. Also vielleicht hat man noch Positionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle ihre Positionen immer schließen, aber die mischen aktiv jetzt nur noch peripher mit. Richtig was Großartiges wird da von der Seite aus sicherlich nicht mehr kommen. Wir haben zudem ein langes Wochenende. Das ist anders als typisch. Normalerweise ist der zweite Weihnachtsfeiertag in Amerika wieder offen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Es ist Weihnachten, der Weihnachtstag auf den Sonntag gefallen und deshalb gibt es einen Bonusfeierntag. Das heißt, auch die Börse hat am Montag noch zu. Es geht also erst am dritten Weihnachtstag sozusagen wieder los. Langes Wochenende, drei Tage und die meisten ja eh im Urlaub. Da ist nicht mehr wirklich viel zu erwarten. Wenn ich mir was wünschen darf, das geht natürlich nicht immer in Erfüllung, aber dann lasst uns doch einfach die nächsten Tage ein bisschen rumeiern. Wir hatten zuletzt diese starke Abwärtsbewegung. Dann lasst uns so zwischen den Jahren so ein bisschen mal gucken, ein bisschen vor, ein bisschen zurück, irgendwie sowas in der Richtung. Im Prinzip das Bild, was ich euch auf Tagesebene ja schon mal angedeutet habe, das wäre mir am liebsten. Dann könnten wir im neuen Jahr, wenn dann die großen Player wieder kommen, dann den nächsten möglicherweise notwendigen Schritt nach unten nochmal vollziehen. Für den Dow Jones wären wir dann eigentlich genau da, wo wir ihn haben wollen. Und wenn wir uns den S&P angucken, hätten wir ihn vielleicht auch genau da, wo wir ihn haben wollten. Also unterstellen wir mal, dass er das macht. Das weiß ich nicht, aber das wäre durchaus nicht untypisch in dieser Zeit. Dann hätten wir nochmal die Chance, zumindest nochmal tiefer zu gehen, vielleicht sogar diese Marke nochmal anzugreifen. Warum nicht richtig auszuschließen, ist das zumindest mal nicht. Also ihr seht, ich bin so ein bisschen leidenschaftslos aktuell. Ich denke mal, es ist nicht so richtig sinnvoll, heute noch aktiv zu werden. Der Fokus sollte wirklich auf Weihnachten liegen und dann in der nächsten Woche vielleicht ein bisschen auf niedrigem Niveau zu handeln, vielleicht kleine Bewegungen innerhalb des Tages noch mitzunehmen. Wer das auch für heute noch vorhat, der kann natürlich vielleicht mal gucken, im 5-Minuten-Chart aus meiner Sicht allerdings durchaus Positionen glattstellen vor dem langen Wochenende, also nicht halten. Zumindest sehe ich das im Moment in diesem kleinen Rahmen als die sinnvollere Variante. Zumindest die letzte Bewegung deutet sich an, immerhin relativ stark nach oben. Ihr kennt mich, wenn es dann korrektiv nach unten käme, vielleicht nochmal einen Zwischenlong machen. Das würde mit dieser Situation ja durchaus passend sein, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen tatsächlich so ein bisschen die Hälfte dieser Abwärtsbewegung wieder wettmachen. Das muss nicht so exakt sein, aber so richtig wundern würde mich es nicht, wenn wir diese Zone hier nochmal angreifen. Und wer das nicht jetzt gut lesen kann, das ist hier unten 3.935, sagen wir mal, also knapp tiefer als die Fibomarke. Oben vielleicht 4.035, machen wir es auch rund hier. In dieser Bandbreite wäre eine Korrektur relativ klasse und relativ klassisch. Vielleicht für die nächsten Tage eigentlich das perfekte Programm. Und wenn das dann passiert, anschließend nochmal Short. Also ihr seht, so richtig begeistert für die Longseite bin ich im Moment noch nicht. Wir werden das abwarten müssen. Das ist im Moment überhaupt nicht sinnvoll festzulegen. Denn wenn die Hälfte der Marktteilnehmer oder die großen, die gewichtigen Marktteilnehmer alle nicht da sind, tja, was soll man denn dann daraus rausnehmen oder rauslesen aus der Geschichte? Entsprechend, Nasdaq sieht quasi genauso aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr solche Zeichnungen natürlich selber machen. Ich mache es mal für euch groß im 4-Stunden-Chart. Wir sind relativ zügig runtergelaufen. Höchster Punkt im Moment tiefster Punkt. Die Box wäre ungefähr in diesem Bereich. Bisschen höher, ein bisschen tiefer. Die Marken könnt ihr selber ablesen hier. Messt es gegebenenfalls. Die Idee ist, zack, Pause, zack, Pause und nochmal runter. Und jetzt die Aufwärtskorrektur kann also idealerweise vielleicht auch so aussehen. Dreiwellig aussehen. Aber eben so, dass man sagen kann, ja, das ist schwache Seite. Also die sollte schon deutlich unterscheidbar sein von dieser. Da die hier vorne sehr stark ist, ist das natürlich jetzt total praktisch, wenn die möglichst korrektiv in den nächsten Tagen aussieht, für dann bei Bruch nochmal tatsächlich eine Fortsetzung. Und ihr erahnt es, wir kriegen ja häufig das hinten nochmal und damit tatsächlich, wie angedeutet, diese Tiefmarke dann nochmal rausgenommen. Also so richtig bullisch bin ich nicht. Zumindest mal, was diese Bilder aktuell auf diesem Zeitrahmen angeht, bin ich da sehr, sehr wenig optimistisch. Das muss aber nicht heißen, dass das gesamte nächste Jahr doof ist. Aber für die nächste Zeit, jetzt erstmal für die nächsten Tage und wahrscheinlich Wochen, sollte man eher damit rechnen, dass es nochmal runter geht. Die nächsten Tage schließe ich mal aus. Da weiß keiner so richtig genau, was zwischen den Jahren passiert. Ich habe so das Gefühl, aber ob man sich auf meine Gefühle verlassen sollte, ist so eine andere Geschichte, dass es an der Zeit wäre für so eine Bewegung. Wenn ihr das im Intraday-Verlauf seht, durch Schübe in die eine, wackelig in die andere Richtung, dann könntet ihr das ja angreifen. Aber immer damit rechnen, dass es doch anders kommt. Das heißt, Stops hinterherziehen gegebenenfalls. Da hatte ich ja euch jetzt mehrmals schon erwähnt, wie man das in etwa machen kann, durch Supertrend, Parabolik. Das sind sehr einfache Nachziehmethoden. Und ihr seht, immer dann, wenn der Kurs läuft, hier ist es natürlich super toll gewesen. Hier ist natürlich ein kürzerer Anstieg oder hier für Teilanstiege. Also immer dann, wenn es eine starke Bewegung ist, sind solche Nachziehmethoden nicht die schlechtesten. Bitte rechnet damit, dass sie nicht automatisch die Besten sind. Es kann manchmal sein, dass man dann durch hier irgendwie so das A gerade rausfliegt. Nachher ist er doch noch gelaufen. Aber ihr seht schon, dass die im Tenor keine doofe Idee sind, wenn ihr sagt, jetzt kommt eine starke Bewegung. So einen Trendfolger als einen Ausstieg dann eben mitzuziehen, ist nicht so ganz doof aus meiner Sicht. Und auch anwendbar auf verschiedenen Zeitebenen. Ob ihr das im Tageschart, dann sind es natürlich die größeren Bewegungen. Ob ihr das im 15 Minuten oder 5 Minuten Schart, das Prinzip ist ja grundsätzlich das gleiche. Und wohlgemerkt, es ist nicht automatisch die beste Möglichkeit nachzuziehen. Aber es ist eine, die nicht ganz doof ist und einigermaßen das widerspiegelt, über das wir ja hier immer wieder reden. Gleiches gilt für den DAX. Also auch hier wäre es gar nicht so schlecht, wenn der Kurs jetzt hier nochmal in den nächsten Weihnachtstagen hier nach oben kommt. Anschließend nochmal nach unten. Und dann hätten wir eine gute Situation mit A, B, C. Um später dann im neuen Jahr hier wieder die Long-Seite dann vielleicht aufzunehmen. Das halte ich ähnlich wie beim Dow Jones für sehr realistisch. Aber unter der Voraussetzung, dass er hier korrektiv hoch geht. Unter der Voraussetzung, dass er hier dynamisch runter geht. Unter der Voraussetzung, dass er nachher das macht. Und wer jetzt sagt, das sind mir zu viele Bedingungen. Ja, vorher nichts tun. Zumindest mal nicht auf dieser Zeitebene. Wenn dann gegebenenfalls auf den kleineren Zeitebenen. Theoretisch hätte ich hier sogar schon den Short. Machen wir das als kleine Leseübung. Wenn jetzt nicht ausgerechnet noch Weihnachten und alles sowieso ganz komisch und anders ist. Wäre das eigentlich ein typisches Verhaltensmuster? Machen wir das, ich zeichne es lieber so, wie ich es euch eben gezeichnet habe. Höchster Punkt, tiefster Punkt. Er sollte wackelig in den Bereich reinlaufen. Der Bereich liegt ja ungefähr hier. Er sollte da wackelig reinlaufen. Anschließend die entsprechenden Marken triggern. Vorsichtig, diese Marke ist erst nach diesem Hoch entstanden. Das muss man genau gucken. Hier mit Intra-Kerzen. Da war er hier. Ist danach runter. Ist anschließend erst hoch. Zu den Daten war das passiert. Und anschließend quasi war das ja erst der Hoch. Und dann der Trigger. Vorher war der Trigger ja hier unten. Und demnach hier noch nicht getriggert worden. Ihr seht, grundsätzlich wäre das also ein Zeichen für die Short-Seite. Wie gesagt, jetzt heute, kurz vor dem Wochenende, vor dem Weihnachtswochenende, eh die Hälfte der Marktteilnehmer nicht mehr so richtig aktiv. Weiß ich nicht, wie verlässlich dieses Signal ist. Deshalb, ich habe es nicht gehandelt. Ich werde es auch nicht handeln. Ich bin, was das angeht, raus für diese Woche und verwalte noch so ein bisschen die Restposten der Positionen, die wir haben. Aber ansonsten wäre das ein gutes Bild, nur dass ihr das ein bisschen augentechnisch noch habt, mit Erwartungshaltung, dass wir dieses hier vielleicht sogar nochmal nach unten eben bekommen. Aber wie gesagt, das eher als eine Übung jetzt, als eine dringende Empfehlung, dass das jetzt passiert. Der Markt ist einfach zu dieser Jahreszeit mit diesem Volumen und der Marktteilnehmerschaft sehr unsicher. Deshalb komme ich ja auch jetzt zum Ende. Theorie ist ja schick, aber lasst uns lieber wieder über die Praxis reden. Ich werde in der nächsten Woche auch das ein oder andere Video möglicherweise nicht täglich. Seht es mir bitte nach. Aber ihr müsst damit rechnen, dass auch so richtig klare Entscheidungen in den nächsten Tagen eh nicht gefällt werden. Also das ist so ein bisschen rumgestocher, rumgerate. Meine Erfahrung der letzten vielen, naja, Jahrzehnte kann ich inzwischen sagen, sagt, in dieser Zeit ist es am erratischsten, am fehlerhaftesten, was da an Charttechnik in irgendeiner Form ist. Datenseitig sowieso, selbst wenn ihr jetzt sagt, ja, aber fundamental, ja, aber wenn die Hälfte der Leute nicht da ist, wenn die wiederkommen, haben die ja unter Umständen eine ganz andere Idee, weil sie sagen, ja, aber Moment mal, wir haben ja einen Teil der Bewegung verpasst. Deshalb ein bisschen Bälle flach halten ist super. Daher an dieser Stelle, da es das letzte Video dieser Art vor Weihnachten ist, ich wünsche euch alle ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr die Zeit gut begehen könnt. Natürlich auch im Namen von finanzmarktwelt.de, vom gesamten Team. Richte ich euch ganz tolle Grüße aus. Markus hat das mit Sicherheit. Markus Fugmann schon in seinen Videos ebenfalls gemacht. Ich habe schon ein bisschen reingehört, er ist ja auch nächste Woche so ein bisschen auf HB8, aber auch nicht regelmäßig da. Ich hoffe, dass ihr eine gute, erholsame Zeit habt in den nächsten Tagen, dass ihr es genießen könnt und würde mich freuen, wenn ihr ein friedvolles, ein glückliches, ein schönes, ein besinnliches, wie auch immer ihr es begehen wollt, Weihnachtsfest habt und wir uns dann gesund und in Freude und bester Absicht wiedersehen. Bis dahin macht's gut und ganz liebe Grüße.